Nun ja dann, ähm, die, ich nenne sie mal, äh, der Umgang auf der Arche war bis jetzt relativ chaotisch. Sind wir uns da einig? Ich schätze, das sind wir. Wie gedenkst du in Zukunft damit umzugehen? Ich meine, das, wie es ablaufen soll. Es ist schön, dass du euren Hut hast und es ist auch schön, dass du dich Käpt'n nennen kannst, aber generell sollten wir doch irgendwie versuchen, die Dinge etwas anders zu regeln, oder nicht? Ja, hier ist zu groß, dass sie von einem alleine überwacht oder befohlen werden kann. Und der Steuermann ist zu weit vom Hauptdeck weg, als dass eine Person einen Blick auf den Kurs und die Mannschaft halten könnte. Wir werden also entsprechend mehr Leute brauchen, die die Mannschaft im Zaum halten. Das stimmt, aber, ich meine, wie stehst du persönlich dazu, äh, unabhängig von deinem tollen Titel, den, ja, mit in die Wiege gelegt wurde? Der Titel wurde mir nicht mit in die Wiege gelegt, ich habe ihn mir hart erarbeitet. Man wird nicht einfach... Hast du ihn dir gekauft? Man wird nicht einfach so, Ritter. Es geht nicht mehr um den Ritter, es geht um den tollen, anliegenden Namen, den du trägst und auf den, wie viel einwürdigst. Oder, hör ich mich? Und der Herr Pryos hat ihn mir gegeben. Ah, ich verstehe. Siehst kurz einen spöttischen Blick auf ihren Gesicht. Unabhängig davon ist er ein vollwertiger Ritter, ja? Mhm. Und wenn du mir das abstrahlich machen möchtest, ich bin immer noch nur knapp ein Jahr und ich war trotzdem schon auf Marascan und hab auf der Seeadler getestigt. Wer hat dich gefragt? Niemand. Niemand hat dich gefragt. Okay. Sie macht einen Schmollbund. Ich gucke die anderen wieder an, nur ist sie einfach. Hier, Myria, trink doch einen Becher Wein und lass die Erwachsenen reden. Ich halte ihr mal meine Flasche rüber, die nach starkem Alkohol, wie ich wahrscheinlich lasse, Richtung Klimafreuer oder so. Man kann es, glaube ich, finieren. Man kann auch selbst gepanscht sein. Aber sie nimmt den Schlauch und... Ja, die anderen wissen ja schon, dass sie auch am gestrigen Tage schon getrunken hat. Noch nicht so viel da hinten. In deinem Alter war aber das auch nicht gesund. Fangen du doch mal an uns zu verteidigen, ja? Also nicht nur dich selbst, sondern auch mich. Das ist total fies, was sie macht, dass sie uns Rittern knappen Rittern die Ehre abspricht. Hör mal, ich war gerade kurz davor, Störerbrand aufs Maul zu hauen. Ich kann mich nicht mit jedem Mensch in diesem Saal anlegen. Und das ist zum Beispiel richtig dumm von dir. Störerbrand. Lass die Frau von den Wilden im Norden noch sticheln. Was schert es dich? Hast du mich gerade Wild genannt? Willst du etwa mal Sonderes? Ich muss noch kurz was überfällen. Sonderes. Oh nein! Ich steh auf! Oh oh! Komm um dich zu! Hab die Flasche ja an Miriam abgegeben. Kannst du dich aus der Hand reißen? Ich will dich nicht aus der Hand reißen. Bin auf der Hand zu. Brauche ich vor ihm auf. Pass mal auf! Mir ist es total egal, ob irgendein Pryos, oder ob Pryos dir den Titel gegeben hat, oder sonst irgendwas. In meinen Augen bist du bis jetzt ein ziemliches Würstchen. Auf der Arche herrscht nur Chaos und ich habe trotzdem versucht mit dir irgendwie klar zu kommen. Aber wenn du mich jetzt als Wilde bezeichnest, können wir gerne vor die Tür gehen, dann kannst du mir zeigen, ob ein Ritter so viel besser ist. Ach so. Ja, kommt. Schön, dass wir uns so lieb haben. Aber da hättest du jetzt angefangen. Ich, Entschuldigung, dass ihr... Rommeli verdreht die Augen. Jona, ich lasse euch eure kleinen und größeren Ketzereien durchgehen, weil ich jeden fahrfähige Hände brauche, die ich haben kann. Rommeli, ich habe eure Augen drehen gehört. Das konnte man im ganzen Raum hören. Ich schlag mit der Hand auf den Tisch und beugt mich da vorne zu dir, Jalan, du kriegst auch eine Fahne. Mach das doch selber, Messer, Rommeli. Dass ihr mich auf jede kleine Spielerei einlasst, die ihr hier anprangern wollt. Und Leute von niederer Geburt haben keinen Zweikampf verdient. Also bitte, geht zurück in die Kneipe, schlaft euren Rausch aus. Kommt morgen wieder. Äh, ich stehe da. Guck mir kurz an. Wir klären das jetzt und hier. Jetzt und hier. Jala, wir müssen das irgendwann klären. Ich gehe jetzt nicht einfach weg. Und jetzt habt ihr mich schon wieder beleidigt mit irgendwas von Niedrigem. Ich habe doch nur versucht, mit euch zu reden, aber offensichtlich könnt ihr das von eurem hohen, gepuderten Adelsarsch einfach nicht. Mich haut nochmal auf den Tisch. Die Herren Zar schickt nun mal jede Seele in den passenden Körper. Manche sind dafür da, adlig geboren zu werden und manche nicht. Ja. Und ihr seid so wild und störrisch und wenn ihr einen anderen Körper bekommen hättet, zum Beispiel den von Ragnar, dann könntet ihr euch ja gar nicht wehren und gar nicht so aufs Maul hauen. Ja, trotzdem habe ich diesen Körper und ich kann die aufs Maul hauen. Und es ist mir egal, dass du eine Knappe bist. Seid also froh, dass ihr diesen Körper geschenkt bekommen habt und dass eure Seele darin richtig ist. Und Jalan ist in seinem Körper auch richtig. Das hat der Herr Pryos so entschieden. Hä? Nix, Herr. Warum hast du eigentlich ein Neues? Sag mal was. Meine Fresse, das interessiert hier doch gerade gar keinen, oder? Wir haben gerade gerade spezielle Probleme. Oh, ich sind die Frauen stärker als die Männer, das finde ich wirklich lustig. Hast du die Frauen? Also ehrlich, wir haben hier doch gerade ganz andere Probleme als warum Jalan jetzt Kapitän ist, obwohl er eigentlich ein unfähiger Seefahrer ist. Wir müssen hier gegen die blutige See ziehen. Sag mal, wir sollten trotzdem miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, oder sehe ich das falsch? Du hast gerade versucht, den Kapitän zu einem Duell herauszufordern. Nachdem er mich beleidigt hat, ich hab doch nur... Entschuldigung, ist immer noch jemand. Da sind die Dinge geklärt. Das tun wir alle. Ich würde ja jetzt sagen, so ein bisschen auf die Schnauze hauen, habe ich ja nichts gegen, aber... Im Gegensatz zu dir können Jalan und ich nicht in unsere Heimat zurückkehren. Schon mal darüber nachgedacht. Du bist so eigensinnig und wir tun eigentlich genau das, was... Wir tun alles in unserer Macht stehende. Und deswegen ist Jalan auch ein guter Kapitän, weil er genau weiß, was auf dem Spiel steht. Das reicht jetzt, alle beide. Jalan, das sind seine Dinge voll zu schnuss. Jona, wir wollen hier alle dasselbe. Solange du auf dem verdammten Arche bleibst und deine Arbeit gut machst, lasse ich dir auch alles mögliche durchgehen. Aber wenn's halt auch abkommt, erwarte ich, dass gespurt wird. Und da ist das Problem. Jalan. Ich stuffe dir mal ein bisschen mit dem Zeigefinger auf die Brust. Also ist nicht fest oder böse. Da ist das Problem. Ich möchte mit dir arbeiten, Jalan. Nicht führe ich mich mit dir. Und es ist mir egal, ob du einen Titel hast. Es ist genauso, wie es dir egal ist, wo ich herkomme und wenn ich schon alles unter mir hatte, arbeiten. Hier geht's doch darum, dass wir alle in der gleichen Arche sitzen. In dem Fall. Hm? Oder nicht? Es ist mir egal, ob ihr für oder mit mir arbeitet. Mir geht es darum, dass ihr aufhört, meine Autorität vor der Mannschaft zu untergraben. Wann hab ich das denn gemacht? Denn die sind nicht von euch. Bei denen sind nicht alle gleich. Das stimmt. Solche Gedanken muss man denen gar nicht erst einpflanzen. Das führt nur zu Unruhe. Und dann holt ihr euch Leute wie den Alanzana an Deck. Der sich als Mannschaftssprecher entpuckt. Obwohl ihr fast nichts über ihn wisst. Ich nehme, wen ich kriegen kann. Ich nehme, wer etwas kann. Ich nehme jeden, der wahnsinnig und verrückt genug ist, in die blutige See zu fahren. Und auf einer Dämonenarche noch doppelt. Und das findest du nicht gefährlich? Es spielt keine Rolle, ob es gefährlich ist oder nicht. Wenn dir jemand von den eigenen Leuten ein Dolchen stößt, ist das schon gefährlich, ja? Das ist die einzige Wahl, die wir haben. Nur die Verrückten und die Gefährlichen kommen mit. Zum Beispiel der Swafnir-Geweite. Hm. Wir müssen hier alle am selben Strang ziehen. Sonst können wir jeder an unserem eigenen hängen. Naja, ihr zumindest. Anliege hängt man nicht auf. Aber darum geht es gerade nicht. Das ist richtig. Darum geht es wirklich nicht. Habt ihr jetzt eure Streitigkeit? Kann ich jetzt mal fragen, warum Romilly... Also, das war jetzt nun... Warum verbergt ihr euren Adelstitel? Richtig. Fangen wir doch damit gleich auch noch drüber. Ich mein, wie sollen wir euch denn vertrauen, wenn ihr uns nicht die Wahrheit sagt? Vielleicht hat es ja einfach keine Lust, sich darauf auszuruhen, dass sie einen hat. Sehr positiv. Sehr positiv. Herr Pryos lehrt, dass man seinen Stand nicht zu verbergen hat. Äußert euch doch mal dazu, dass man ihn mit Stolz oder Demut tragen sollte, je nachdem, wie es steht. Die Demut liegt dir nicht, sowas. Rommilly blickt erst mal von einem zum anderen, wirkt etwas... Habt, könnte man sagen. Hatte meine Gründe. Dieser Titel bereitet mir mehr Probleme, als dass er mir nützt. Kann froh sein, wenn nicht bald ein Bote nach Riva unterwegs ist, der meinem werten Herrn Papa sagt, wo ich mich derzeit aufhalte. Und warum sollte das ein Problem sein? Er macht sich sicherlich Sorgen, wenn er das nicht weiß. Und zu Hause wissen viele nicht, wo ihre Kinder sind. Die einzige Sorge, die mein Herr Vater hat, ist, dass ich ein Versprechen, dass er ein theoretisches Adelshaus gab, einhalb. Und ich bin nicht gewillt, einen alten... Man merkt Rommilly an, dass sie gerade nach den richtigen wurden. Deswegen flirtest du mit Okta? Einem altgedienten Herrn. Den Travia-Bunsch. Und ich habe ein paar freundliche Worte mit ihm gewechselt. Nichts weiter. Nun. Ah ja. Ihr eurer eigener Mensch seid, kann wohl niemand in eurem Namen Versprechen abgeben. Wo steckt der eigentlich? Ich habe ihn vorhin gesucht, aber er war nicht da. Wer? Der Alan Fahna. Er ist mit Ragnar weggegangen. Aber Ragnar ist doch... Guck mich um. Er steht hier. Ist doch hier. Ja, ich habe Okta mal ein wenig die Stadt gezeigt. Hm. Müsst ihr euch in Acht nehmen, vor ihr in der Land fahren, dann machen wir nichts Gutes. Alles verloren. Fuck. Quatsch, das ist ein netter Kerl. Natürlich. Er macht nur gerne seine Witze. Okta scheint mir in seiner Rolle zufrieden zu sein. Und zufriedene Leute machen selten Ärger. So wie du gerne Leuten auf die Schnauze haust, erzählt er halt gerne Scheiße. Bisher habe ich noch niemandem irgendwie auf die Schnauze gehauen. Außer... Außer dem Krakenmolz vielleicht oder der Zoffel. Naja, und der Korgeweite. Der ist halt dazwischen gegangen. Was soll ich machen? Also du haust nicht gerne anderen Leuten auf die Schnauze. Nicht einfach so. Bei Yalan wäre es eine Ausnahme gewesen. Aber nur um Dinge zu klären. Nicht einfach so. Ich hätte ihn ja auch nicht... Hm. Aber so ein Torwall ist das doch gang und gäbe, sich gegenseitig auf die Schnauze zu hauen, wenn man anderer Meinung ist. Es sei denn, man hat einen Feind, gegen den man kämpfen muss und gegen den man seine Kräfte sammeln muss, wie die verdammten Orasia zum Beispiel. Das ist eine andere Geschichte. Orasia, Alanfana, Torwaller, Westküstenkonflikte, jucken wir uns nicht. Wir haben Wichtigeres auf dem Tisch. Ich habe gerade mit dem Kapitän geredet. Sie haben wohl ganz gute Karten über die Bluthegelsee. Wir könnten uns einige Kopien anfertigen lassen. Ich weiß nicht, wie es hieß, wir hätten relativ viel Gold im Bauch der Arche gefunden. Jo. Nun, sollen wir das benutzen, um uns zu bewaffnen und auszustatten? Ich denke, das wäre der Plan, ja. Müssen wir. Nemrod klang nicht so, als würde er uns noch einmal Geld zur Verfügung stellen. Zumindest nicht in näherer Zukunft. Gut, gut. Gibt es davon einen Tagessold, den man sparen kann? Ja, dann, du sagst, wir kaufen davon alles, was wir brauchen. Aber wenn ich etwas zurücklegen will, macht das dann der Schatzmeister? Guckst du ab nach rüber? Wenn du als Person angestellt werden willst. Ich denke, dass die Preisgeweihte meinte, dass die Leute nur ohne Lohn in die blutige See ziehen. Halte ich persönlich für eine nicht ganz so gute Idee. Einfach, weil wir dann mal die Verrückten und Gefährlichen anheuern können, weil auch die Geld haben wollen, mit dem sie danach irgendwas Schönes kaufen können. Ja, dann sagte gerade, nur zufriedene Leute machen keinen Ärger und ich glaube nicht, dass jemand, der nicht bezahlt wird, besonders zufrieden ist. Sehe ich ähnlich. Ich setze mich mal wieder hin. Immer noch böser Blick zu Jalan, Robert, zu ihm ruhig. Hm. Nun, wie gesagt, ihr habt ihre Ehrwürden gehört. Nun. Wenn wir ihre Unterstützung haben wollen, müssen wir uns wohl daran halten. Dann könnten wir auch ohne die Unterstützung der Prajaskirche weiter der blutigen See für Recht und Ordnung sorgen. Können wir ihnen nicht Geld schenken? Also, ich überlege, ich kenne mich überhaupt nicht mit dem Recht aus, weil Jalan das auch nicht weiß. Aber wenn wir sie nicht bezahlen, dann können sie ja umsonst arbeiten und wir schenken ihnen Geld. Einfach so. Das heißt aber, wir würden keinen Vertrag mit ihnen aushandeln und sie müssten sich auf unser Wort verlassen. Ich weiß nicht, ob das den Leuten reicht. Den Sinn des Rechtes durch Spitzwinnigkeiten zu umgehen, ist dem Prajaskirche nicht gefährlich. Das ist richtig, aber Fex ist auch einer der Zwölf. Man könnte sie bei der, ich hätte fast Plünderung gesagt, bei der Wiedereignung des Piratengutes, könnte ihnen man natürlich freie Hand gewähren. Das wäre, wenn die Angestellten ganz rein zufällig versteht, einen kleinen Obolus finden würden in ihrer Unterkunft. Wir könnten Leute zwangsrekrutieren. Wenn es davon zu viele werden, wird es zur Meuterei und wir sind alle tot. Wir könnten ihnen ins Gewissen reden und hoffen, dass die Gelegenheit, den Herr Tarchen endlich mal Paroli zu bieten, genug Ehrenreiz ist. Wenn Ragnar der Smut hier ist und der Schatzmeister, dann werden die Leute sicherlich auch zu ihm kommen und ihn fragen, ob er nicht die ein oder andere Dukate für sie übrig hat. Außerdem werden sie bei uns natürlich hervorragend versorgt und ausgestattet werden. Und das wird vielen Söldnern allein schon mindestens ein kleiner Anreiz sein. Ich gewarte hier ein Fest, um wo die Nahrung knapp wird. Eine Crew finden wir ja hier wohl nicht, aber jetzt haben wir ja die gelehrten Herren der hiesigen Akademie. Der Rieser das Fafnir kommt mit. Und ich meine, wir warten jetzt eigentlich noch die Verhandlung in zwei Tagen ab von Jasper, nicht wahr? Ja, bis dahin können wir doch unsere Besorgung erledigen und dann zurückkehren. Fiona, ihr seid ja unsere Geschützmeisterin. Schaut euch doch mal in der Stadt um, ob ihr irgendwo eine Quelle für Geschütze und Munition auftreiben könnt, die nicht über die uns Störer im Rand nicht in die Suppe spucken kann. Wenn Ragnar die Stadt so gut kennt, würdest du mit mir gehen? Du kennst doch bestimmt die Ecken, die nicht so ganz jeder betritt, oder? Entschuldigung, wo sollen wir jetzt hin? Wir sollen jemanden finden, der uns Waffen verkauft, die nicht unbedingt über Störerbahn laufen. Ähm, da finden wir bestimmt den einen oder anderen. Ja, und deswegen frag dich, ob du... Finde mich inzwischen ein wenig raus, ja. Gut. Ich hab, äh, Ugdan ja auch eingewiesen, äh, mir zu helfen. Ist das im Sinne von allen, dass er mir als zweite Hand, äh... Ich mein, ich kann nicht an allen Waffen gleichzeitig stehen, wenn's drauf ankommt. Ist es in Ordnung, dass er mir unterstützend hilft? Natürlich. Natürlich. Wir werden nur... über kurz oder lang uns daran machen müssen, eine anständige Geschützmannschaft herbeizuschaffen. Es wäre mir auch lieb, wenn ich nicht jedem alles dreimal erklären müsste. Äh, und wir wenigstens ein paar Leute hätten, die in ihrem Leben schon mal etwas mit Distanzen und, äh, dem Nachladen von großen Geschützen zu tun hatten. Ja, und dann werden wir uns erst über die Sache mit der Bezahlung einig werden müssen, bevor wir Leute anheuern können. Und wie fahren... also, wir erforschen jetzt die Arche und was machen wir dann? Finden heraus, wie man sie umbringt. Finden heraus, wie man sie kontrolliert. Dann bringen wir andere Archen um. Und... Die Piraten auf dem Umweg natürlich noch. Und jedem, der auf dem Weg dahin zwischen uns steht. Und der Swafnige weiterkommt mit damit, wir nicht so in Versuchung kommen, uns auf dem Schiff selbst zu verlieren. Er kommt mit, weil er ein kräftiges Paar hinter ist und wir sie ihn brauchen können. Steht mir nicht falsch, ich bin sehr glücklich, dass er mitkommt, aber... Reicht das? Ja, allein sicher nicht, sicherlich nicht, aber... Ich schätze, wenn man erstmal von unseren Taten hört und... Ich glaube, unser Ruf, gerade ausgerätzt im Kopf, wird sich nun etwas schneller verbreiten. Werden sich die Mutigsten der Mutigen schon bei uns melden. Und gerne an Bord mitkämpfen und in die blutige See ziehen, um den Feind zurückzuschlagen. Es geht eher um die Stürmung. Also, wenn ihr mich fragt... Ich greife mal nach der Flasche, die ich Myria gegeben habe. Trink einen kräftigen Schluck, wenn sie mir die gibt. Ja, macht sie. Ist dieses Ding... Ist bedrückend, es stinkt und irgendwie habe ich das Gefühl, man ist dort permanent diesem schlechten Gefühl ausgesetzt. Ich meine, habt ihr daran gedacht, dass es uns alle irgendwann zurückmachen könnte? Ich erinnere mich da an eine Situation mit einem Schwert, wo ich das Gefühl hatte, ihr wart alle nicht mehr ganz ihr selbst. Das ist ein Risiko, dass ich einzugehen bereit bin. Dass ich einzugehen bereit sein muss. Gut. Wir brauchen noch eine Flagge, eine eigene. Damit die Leute uns erkennen, wenn wir auf sie zufahren. Wir haben jetzt ja diese Dämonenkrone weggemacht. Aber damit die Guten eben auch wissen, dass wir die Guten sind, wenn wir auf sie zufahren mit so einer Arche, dass sie uns nicht eingreifen. Dann sticken wir noch irgendetwas Göttergefälliges aus, Banner. Ich will nicht unbedingt mein eigenes über die Arche hängen. Wer ist mit dem Banner von Effard? Damit würden wir natürlich unsere Feinde vorwachen. Damit würden wir der Effardkirche vorwachen. Wie wäre es mit einer Art dunkelblauen Flagge? Wie wäre es, wenn wir mehrere Flaggen besorgen und je nach Gewässer die richtige Flagge hießt? Wie wäre das? Ja, dann, ich meinte jetzt nicht so unsere eigene Flagge. Ich meine, ich werde jetzt auch nicht das Haus Meersing da hochhängen. Aber wir könnten noch eine Kreation aus uns allen machen. Sie schaut sich so ein bisschen im Raum um. Wir haben hier die Effardkirche. Wir haben euch mit Prajus. Also eine Mischung aus Effard und Prajus-Symbol. Dann können wir noch sowas wie ein Wal in den Hintergrund machen für Fiona. und ein Herzchen für Ragnar. Okay, ein Herz. Auf einer Fahne. Mann, mir ist gerade nichts eingefallen. Eine Kombination von uns allen eben. Ein Fuchs vielleicht. Das Herz war das Erste, was mir bei Ragnar eingefallen ist. Oder eine Münze. Ein Fuchs, Ragnar. Wieso denn ein Fuchs? Das verstehe ich auch nicht. Ja, seid doch so aufs Gold versessen. Aber seit wann sind... Dann wäre doch eher eine Elster praktisch. Seit wann sind Füchse auf Geld versetzen? Seit Fex sein Gottes nehme ich an. Also schon immer. Wir können natürlich auch mich einfach draufzeichnen im Vordergrund. Wir können auch euch einfach an den Fahnen was hängen. Ja, dann würde ja jeder erkennen werden, mit wem sie es zu tun haben. Dann würden sie ja alle in Angst vor uns fliehen. Ja, und sie sind uns weg. Also, Ragnar würde dann mal da zu Fenster schulzieren, falls es da eins gibt, rausgucken. Wie hell scheint die Sonne noch? Ja, wir haben jetzt so 12, 13 Uhr ungefähr so einen Roststand. Aber durch den Nebel, durch den Schnee nicht so gut zu erkennen. Also, ich als neuer Schatzmeister würde tatsächlich sagen, wir heuern einige Söldner an. Ich werde mich mal ein wenig in den Straßen umhören, ob wir Söldner finden können. Und... Habt ihr schon die Sache mit dem Nichtbezahlen vergessen? Ich denke, dass dieses Nichtbezahlen nicht funktionieren wird. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Was ist, wenn einer von uns sie bezahlt? Also, ich meine, wenn einfach einer von uns sie anstellt und nicht das Reich oder was weiß ich, sondern wirklich jemand von uns persönlich als Person. Abgesehen davon, witzigweise sehen wir einmal davon ab. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir gleich eine vollständige Söldner-Kompanie finden, die wir bezahlen können und keinen Mischmasch zusammenstellen, den wir selbst im Zaum halten müssen. Habt ihr schon wieder vergessen, was die Preihalskirche gesagt hat? Ich möchte auch so bedenken, dass in Kontjom, als wir uns die Mannschaft gesucht haben, die haben wir bezahlt, aber als es dann in die blutige See ging und da haben die schon Muffesausen bekommen. Kann ich ihnen nicht verdenken, aber wer kommt denn hier mit, wenn er weiß, wie gefährlich es wird? Und es wird da treue Menschen kommen mit. Ich glaube, gute Leute zu finden, die schon Tod und Verderben gesehen haben. Und nicht irgendwelche frischgebackenen Seemänner. Wie gesagt, ich werde einfach mal schauen, was ich da finden kann. Also, das ist die Frage. Sollen wir mit der Preihalskirche Willens ziehen, oder sollen wir nach Söldnern, die auch wirklich kämpfen können und nicht irgendwelchen Preihals-vernarrten Bauern, die nur ihre Heugabel führen können, in die Schlacht ziehen? Das ist eine Frage, die man an den Kapitän, aber auch an alle anderen hier Anwesenden fragen sollte. Aber es ist nicht so, dass es nicht Leute gibt, die so mitkommen würden. Denkt an Wartenberg. Ich war fast fanatisch. Ich glaube, ihnen müssen wir nicht bezahlen. Auch wenn ich mir bei seinem Gemüt gar nicht sicher bin. Ich denke, mit den Geweihten, das wird kein Problem sein, was die Bezahlung angeht. Das einzige Problem ist das gemeine Fußvolk. Leute, die für uns kämpfen werden. Aber Ragnar, das verstehst du falsch. Äh, Wartenberg, er ist ein, äh, er hat Bruder. Er ist, äh, kein Priester. Ah! Ich werde mit ihrer Ehrwürden noch einmal sprechen. Vielleicht gibt es da einen gewissen Spielraum, dass wir den Leuten nach Abschluss ihres Dienstes bezahlen können. Neh, weil ich Bisfrabul wieder mit? Wir werden Bisfrabul nicht wieder mitnehmen. Bisfrabul ist ein gefährlicher Irrer. Da bin ich auch für. Äh, aber die, die Ronra-Kirche hat doch gesagt, er ist, also, er ist zumindest, er irgendwie schon irre, aber. Wäre auch so. Er sollte ja nicht erstmal in den Tempel und sich generieren, ich meine. Aber falls, aber das war zu kurz. Also, ich bin dafür, wir nehmen Bisfrabul mit. Ich mag den irgendwie. Naja, niemand hat dich gefragt. Also, falls wir ihn mitnehmen wollen würden, dann würde er auf jeden Fall immer als erstes derjenige sein, der vorgeschickt wird. Und falls wir dann rüber setzen, die Hälfte der gegnerischen Mannschaft tot ist. Und der Kämpfer ist schon ein Möhrer zu. Er ist ein Mann, der, er muss nur entfesselt werden. Er ist unberechenbar und er ist auch schon auf uns losgegangen. Und auf mich, auf die anderen. Wir können keinen Kämpfer brauchen, der nicht weiß, was Halt bedeutet. Der nicht weiß, was Warte bedeutet und der nicht weiß, was ein Maß ist. Er braucht kein Maß. Aber hey, irgendwann schlubbt er halt im Dienst des Gottes. Ja, oder er bringt einen von uns vorher oben. Ich möchte daran erinnern, dass er mich schon angegriffen hat. Und ich glaube, sie auch. Deut mal auf, äh, Romylie. Nein, mich glücklicherweise noch nicht. Da waren doch diese Leute letztes Mal, die er da am Baum bauen hat. Das war Wartenberg. Aber Fiona, du hast ihn doch im Zaum gehalten. Ja, weil er geschwächt war und weil ich durchaus noch Besseres zu tun hatte. Aber ich will kein Kindermädchen sein. Ich habe keine Lust, Kindermädchen zu sein. Ich sag's nochmal. Und ich werde kein Pulver fassen mit brennender Lunte aus dem Schiff dulden. Lassen wir ihn hier und lassen ihn sich ausruhen. Ich bin mir sicher, wenn es noch andere Stellen war, wo er kämpfen kann, wenn er unbedingt muss. Aber bei uns ist er eher eine Bürde als an der Hilfe. Und gut. Ähm. Hmhm. Hmhm. Haben wir noch zwei Tage in der Stadt. Ich denke nicht, dass wir uns derzeit mit teuer bezahlten Sondern belasten sollten. Egal wie es aussieht. Bevor wir auch wirklich bereit sind abzulegen. Natürlich. Allerdings sollte man sich schon mal umhören. Man wird nicht wahrscheinlich einfach so auf der Straße eine Kompanie von Söldnern hören finden. Das ist richtig. Gut. Dann hört sich am besten jeder gemäß seiner Vorbereitung um. Wenn Ragnar und ich nach Waffen schauen und gehen, finden wir vielleicht auch Leute, die sie bedienen können. Oder die wir... Aber da ist das Problem. Wenn wir nicht genügend Leute haben, um diese Waffen zu bedienen, dann brauchen wir auch keine Waffen. Wir müssen trotzdem welche haben. Allein damit andere Schiffe uns ernst nehmen. Wobei, naja, sie nehmen uns so oder so ernst. Außerdem haben wir Leute auf der Arche, die Fiona ja tatkräftig ausbildet. Das stimmt. Ha. Werden die alle wieder mitkommen? Oder haben die sich jetzt alle Winde zerstreut nach ihrem Erlebnis? Habt ihr mit ihnen schon gesprochen? Nein. Das werden wir dann sehen. Aber da wir ihnen noch größere Mengen Geld schulden, werden sie nicht allzu sehr gewillt sein, einfach so lange zu ziehen. Das kannst du ja dann machen. Hoffentlich. Gut. Dann würde ich sagen, machen Ragnar und ich uns auf und schauen mal, was wir so erreichen können. Und ich würde mich auf den Weg zum Freihostempel begeben. Und ja, dann vielleicht treffen wir uns heute Abend nochmal unter vier Augen und trinken wir etwas zusammen. Eindringlicher Blick. Etwas schielend aufgrund des Alkohols. Sehr wohl. Sehr wohl. Geniala, mit euch würde ich gerne unter vier Augen noch Einigkeit bereden. Natürlich. Natürlich.